sws kita schule ausbildung studium alles unter einem dach präsentiert die buchtipps von und mit liane römer ja liebe zuschauer ich begrüße sie wieder sehr herzlich zu meiner sendung buchtipps mit liane römer der sommer neigt sich dem ende zu und sie haben vielleicht statt einer auslandsreise eine tagestour an den ostzeestrand gemacht oder eine reise mit einem guten buch unternommen bücher machen reisen andere gedanken welten ja relativ problemlos mit und das ist in corona zeiten wichtig drei verschiedene bücher habe ich ihnen mitgebracht ich greife zuerst in mein altes bücherregal da ist das buch ernst barlach annäherungen von der schwerina schriftstellerin brigitte birnbaum aus dem demler verlag 1996 dann das gartenzimmer von andreas schäfer aus dem dem morgen verlag 2020 und vortreffliche frauen von bernard pym aus dem mom verlag auch aus dem jahre 2019 anlässlich des 150 geburtstages von ernst barlach möchte ich ihnen das buch der schwerina schriftstellerin brigitte birnbaum ernst barlach annäherungen ans herz legen die damalige demler verlagschefin dr margot krempin hatte der autoren bestätigt dass sie sich dem künstler mit großer sensibilität nähert dem stimme ich voll zu das buch hat seine aktualität nicht verloren der bildhauer dichter und mensch wird darin wieder lebendig man spürt wie brigitte birnbaums verehrung für den meister immer mehr wächst barlach hat 1917 gesagt zu jeder kunst gehören zwei einer der sie macht und einer der sie braucht sein güstroher engel seine gefesselte hexe sind skulpturen die wir brauchen und die beim betrachter tiefes besinnen auslösen der künstler ist einer der zum urmenschlichen urchristlichen zum guten im menschen den weg weist wer barlach skulpturen anschaut darf eigentlich nie eine böse tat vollbringen wenn ja muss er sich schämen das spiegelt brigitte birnbaum feinfühlig in ihrem buch sie lässt auch barlachs jugendliebe zu anna spiekermann nicht aus marga böhm als selbstlos liebende und lebensgefährtin steht in dieser beziehung natürlich im vordergrund barlach passt zu uns bücherfreunden in der jugend war er ein leidenschaftlicher buchleser er hinterließ neben seinen berühmten skulpturen ein vielgestaltiges literarisches werk über das wir in birnbaums buch ebenso bemerkenswertes erfahren wie zum beispiel über die echten sedemons oder den blauen boll warum das buch lesen angesichts zunehmender hartherzigkeit und oberflächlichkeit in der gesellschaft mahnt es wie barlach selbst auch zu mitgefühl und genauen hinsehen das gartenzimmer der autor andreas schäfer hütet in seinem neuen buch das gartenzimmer bis zum schluss ein geheimnis zuerst war es für mich ein buch über ein haus mit besonderer architektur über die villa rosen die ein professor 1909 für sich und seine frau von einem später berühmten architekten entwerfen ließ dann ist es ein buch über das schicksal der besitzer dann ein buch über ns verbrechen an kindern dieses haus hat mit seinen ausgewogenen proportionen eine besondere aura es scheint aber auch das unglück anzuziehen sein architekt max taubert erhält nach dem ersten weltkrieg keine aufträge mehr muss emigrieren der besitzer des hauses stirbt dessen frau wird später von nazis unter druck gesetzt muss ohnmächtig erleben dass unmenschliches im eigenen hause geschieht nach 1945 verkommt das haus steht lange leer bis es von einem ehepaar wach geküsst wird und wiederersteht mit seinem artikostil bringt sich die neue besitzerin in einflussreichen kreisen ins gespräch der einzug wird gefeiert doch die ehe zerbricht und der sohn ängstigt sich in diesem haus letztendlich wird der leser auf grausame taten im gartenzimmer stoßen das ungeheuerliche wird nicht konkret benannt ist aber dennoch erkennbar dem rassen waren der nazis fielen zig kinder zum opfer auch in diesem haus warum das buch lesen es ist ein kluges buch wir begreifen teile unserer finsteren geschichte besser wenn manches auch unausgesprochen bleibt auf weitere bücher von andreas schäfer darf man gespannt sein vortreffliche frauen erstmals erschienen der roman vortreffliche frauen der engländerin barbara pym 1952 nach ihrem tod 1980 wurde er immer beliebter und 2019 ist er wieder erschienen dieser sanft ironische roman über den unspektakulären alltag einer unverheirateten frau in mitterem alter ist witzig mit leiser ironie geschrieben very britisch er spielt in london in den späten 1940er jahren als eine ledige frau über 30 als alte jungfer galt die protagonistin mildred eine fahrerstochter engagiert sich in der kirchgemeinde alles verläuft in ruhigen bahnen bis neue nachbarn in ihrem mietshaus einziehen die selbstbewusste attraktive anthropologin helena und der charmante ehemalige marine offizier rocki dieses paar stellt mildreds leben auf den kopf oft wird sie in die ehezwiste der beiden hineingezogen allmählich entdeckt die stets hilfsbereite mildred ihre eigenen bedürfnisse fahrer julian wäre nämlich was für sie oder auch der hübsche rocki helena und rocki versöhnen sich wieder julian verliebt sich in eine andere für kurze zeit hatte mildred ihre rolle als graue maus und kummer kasten der gemeinde entrinnen wollen doch ohne initiative geht das nicht so bleibt das getratsche über die leute bei einer tasse tee und der sonntägliche kirchgang angelpunkt ihres lebens barbara pym plaudert mit hintersinn und kauzigkeit über die begrenzten möglichkeiten unverheirateter frauen in den jahren nach dem zweiten weltkrieg warum das buch lesen die beachtliche entwicklung der frauen in kurzer gesellschaftlicher zeitspanne die wird hier deutlich liebe zuschauer ich hoffe es war etwas dabei für sie leider sind an dieser stelle nur drei bücher vorgesehen die vorgestellt werden sollen aber ich darf ihnen noch einiges ankündigen und zwar darf ich sie hinweisen auf literarisch musikalische veranstaltung da ist einmal am 12 10 um 19 30 im werk 3 die veranstaltung unter dem titel eine pilgerfahrt zu beethoven diese veranstaltung ist eine kooperation zwischen wagner verband und lister und literaturklub und diesem thema hier liegt eine novelle von dem damals mittellosen wagner zugrunde und der schweriner schauspieler simon grundbacher liest wagner texte an diesem abend und musik von beethoven und wagner wird erklingen tickets gibt es im werk 3 und im tourismusbüro am markt dann am 25 10 um 15 30 das ist ein sonntag können sie die königsfamilie der literatur die manns am campus am ziegelsee erleben mit musik mit literatur es geht um thomas mann heinrich mann klaus mann und weitere mitglieder der familie mann wunderbare musik wird erklingen die die familie möbius da bietet die tickets gibt es ab dieser woche am veranstaltungsort campus am ziegelsee im campusbüro und zwar können sie unter der telefonnummer schwerin 20 88 8 0 dort jemand erreichen und karten bestellen die in der zeit von montag bis donnerstag von 8 bis 16 uhr und freitag von 8 bis 14 uhr wir freuen uns auf sie seien sie unsere gäste und machen sie es gut bleiben sie gesund und bleiben sie neugierig sws kita schule ausbildung studium alles unter einem dach präsentiert die buchtipps von und mit liane römer